Schauen wir mal auf die aktuellen Frontabschnitte, Tag 558 jetzt. Wie sehen Sie das denn? Ist die Ukraine tatsächlich in manchen Bereichen, wie zum Beispiel Saporizhia, wie er immer wieder kolportiert wird, auf dem Vormarsch, ist das wirklich jetzt effektiv oder es ist alles unabhängig so schwer zu bestätigen? Christoph Wanner hat völlig recht. Es ist unheimlich schwer, in dieser flexiblen, dynamischen Lage die Lage wirklich rechtschaffend zu beurteilen, wenn man nicht unmittelbar vor Ort ist. Insofern bin ich immer dankbar, wenn ich Herrn Ronsheimer höre, der nun hautnah dran ist. Ich persönlich aus der Erfahrung heraus glaube, dass wir nicht zu optimistisch sein dürfen. Ich glaube, wir müssen das sehr real sehen. Wir hören die einen sagen, sie haben bereits die erste Verteidigungslinie Zorowikin erreicht, die anderen sagen noch nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, dass dieser Kampf äußerst verlustreich immer wieder vorgetragen wird. Und ich sagte es in den vergangenen Tagen schon mal, ich muss gestehen, ich verstehe es nicht so richtig, dass immer wieder frontal der Angriffskrieg gegen dieses Bollwerk russischer Verteidigung geführt wird. Auch wenn man jetzt in dem Ort Robertogno oder wie immer man den ausspricht, ja wohl ein Einbruch gelungen ist, von dem man nur hoffen kann, dass er sich zu einem Durchbruch ausweitet. Auf der anderen Seite, und das ist meine Vorsicht, die sogenannte raumorientierte Verteidigung, die der Generalstabschef der Russen, Gerasimov, vor ein paar Jahren entwickelt hat, die sieht genau so eine Geschichte vor. Den Feind, in diesem Fall die Ukraine, tief reinziehen, den Sack von hinten zumachen und dann eben sie so zu vernichten. Insofern, ich bin skeptisch, man muss es abwarten. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr weltabonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Dann schauen wir nach hinten zumachen. Und dann schauen wir mal auf!